Hier haben wir einen kleinen, feinen Atak-Hubschrauber. Schalten wir hier unten einfach ein, blinkt hier und los geht's. Fernbedienung einschalten, ist entsperrt, Nr. 2. Da hebst du den langsam ab und fliegt jetzt hier so ein bisschen rum. Ganz entspannt, was ganz anderes natürlich jetzt hier, wie wir eben gerade geflogen sind. Wollen wir in Stufe 3. Ihr seht, er nickt hier ein bisschen mehr. Und der Akku ist nicht so fit. Er blinkt leicht. Das heißt, wir werden hier die ganze Sache nicht ausreizen. Ich hab gedacht, er hat den Akku aufgeladen und... ...wollen den hier mal schön landen lassen. Okay, das war kurz das Gastspiel. Ja, fliegt auch. Wirklich schönes Modell. Schalten, bis zum nächsten Mal. ... ... ...